Ja, sehr cool und der Balken, der Schranken ist auch sehr cool und ich hab dem nach meinem Anzug auch noch anpasst in Rot-Weiß, also es gibt schon was her. Ja, hab ich ganz lustig gefunden, ich war glaube einer der ersten, die das überhaupt aufgefallen ist und auch mit dem Gag, mit dem Schranken aus Balken, also gut gelungen. Ja, wir wollten beim ÖSV genauso was Auffälliges wie beim ÖFB machen, nämlich mit der Bande. Wir haben unser Motto der Mobilitätspartnerschaft auch tatsächlich bis rauf zum Absprung gebracht. Das Verkehrskonzept schaut so aus, dass sämtliche Züge in Steinach-Irtling angebunden sind, sie haben eine Kapazität, wie ich schon angesprochen habe, von 1200 Personen und sie verkehren am Wochenende im 20-Minuten-Takt. Das heißt, wir können jederzeit 12.000 Leute problemlos herbefördern bzw. vom Kulm wegbefördern. Ja, der Hut hat für mich eine spezielle Bedeutung und das ist für mich so ein Glückshut, weil ich schon mehrere Großveranstaltungen mit betreuen dürfen und wenn ich den Hut aufgehob habe, hat eigentlich immer alles super funktioniert. Ob das die Ski-WM in Schladming war, wo das doch ein 14-Tages-Programm war, ob das die Airbauer war, ob das das AC-DC-Konzert in Spiegelberg war, Formel 1, der hat einfach immer super funktioniert und deswegen bleibt er immer am Kopf. ekorten Untertitelung des ZDF für funk, 2017